Bei SpaceWell sind wir der Auffassung, dass Gebäude für Menschen arbeiten sollten. Wir helfen dabei, Räume zu schaffen, die fühlen, denken und lernen, wie zum Beispiel intelligente Büros, die Big Data nutzen, um die Raumnutzung zu überwachen, Mitarbeiter in Echtzeit zu unterstützen und den Arbeitsplatz beim Anpassungsprozess an eine sich verändernde Welt neu zu gestalten. Wir unterstützen Sie überall, wo Sie arbeiten. Von großen Unternehmen bis zu Start-ups, von Krankenhäusern und Büros bis zu Flughäfen und Konferenzzentren. Wir nutzen innovative Technologien und Daten, um die Erfahrung am Arbeitsplatz zu verbessern, damit Sie hervorragende Arbeitsleistungen erzielen können und das Büro ein lohnendes Ziel wird. Indem wir für gesunde Gebäude sorgen, haben Sie die Ruhe, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Unsere Software unterstützt Ihre Teams mit aktuellen Informationen, effizienten Arbeitsabläufen und mobilen Werkzeugen für einen reibungslosen Gebäudebetrieb. Zudem vermittelt sie Erkenntnisse, die Ihnen bei der Optimierung Ihres Gebäudeportfolios und bei der Entscheidungsfindung helfen. Mit datengesteuerter Energieintelligenz helfen wir Unternehmen, ihren Energieverbrauch zu senken und dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir sind Teil der Nemechek Group, einem Vorreiter bei der Digitalisierung des Lebenszyklus von Gebäuden, von der Planung und dem Bau bis hin zu Betrieb und Wartung. Für uns sind datengesteuerte Gebäude der Schlüssel für eine nachhaltigere, autonomere und nutzerorientiertere bebaute Umwelt. Mit unserer Software zielen wir darauf ab, das Potenzial von Gebäuden zu erschließen und Räume zu schaffen, in denen Menschen sich begegnen und zusammenarbeiten, sich konzentrieren und fokussieren können. Räume, in denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen und die zugleich die Unternehmenskultur widerspiegeln. Wir lassen Gebäude für Menschen arbeiten.